so und da sind wir dann auch schon wieder naja das war ja 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 der eine zellenblock was zur hölle könntest du bitte versuchen halbwegs was sinnvolles von dir zu geben diese bewegungsmuster wo würde mich eigentlich freuen was habt ihr alles hier hingestellt wird man hier vom arsch der welt noch einfach da oben ja what the fuck was war das denn jetzt tauchen hier sofort 800 andere soldaten noch auf irgendwas tackert hier nur wie blöd hallo ich würde niemand vermissen ja das hoffe ich doch hab ich eigentlich die ganze zeit reinballert wie ein blöder ach der panzer da unten so räumen wir erstmal ein bisschen auf oder auch nicht ja also da treffen die mich mit diesem scheiß ding das kann nicht tief genug zielen ja genau oh fuck das kommt ja noch dazu ich habe ja nicht so lange zeit diese blöden schrotflinten ja ach komm die behinderte ja ich weiß da unten standen haufenweise panzer darum ging es nicht behinderter mist einfach nur warten der mich abgesetzt ist der behindert im kopf bin ich wieder am arsch der welt ok hier ist die blöde antenne aber darum ich wollte eigentlich diesen kompletten block dahinten fertig haben fährt tatsächlich ein bavarium panzer rum ich bin hier ja ja die treffen damit besser als mit allem anderen direkt wieder hier 800 panzer zur verfügung ja das ist alles was ich haben wollte ach komm weg hier mach was hallo blödes stück scheiße ey das ist aber auch nie ein ort gibt wo man mal nicht beschossen werden kann hier sparen gleich wieder 800 gegner hinter dir stirb halt ja hallo andere war schon tot weißt du der nicht der ist ultra hallo nimm die arme mit laber doch nicht du hast doch mal gelebt der bleibt hier bleiben wir einfach hängen weißt du ok den block haben wir jetzt geht es darum dass wir ja relativ schnell noch uns um die treibstoff tanks kümmern aber das sollte relativ gut gehen ja genau vor dem gegner wollte ich mich absetzen da ist so eine blöde schüssel die müssen wir auch noch weg machen die marine unterstützung ist bereit bereitet das gefechtsfeld auf ihre ankunft vor ok ganz kurz abchecken was hier noch abgeht da ist noch ein tank ja beste aktion ever ok den haben wir das war noch so eine schüssel ja ja blöden sniper wo kommen sie denn nur her was hat er denn nur für ein problem ach da ist wieder dieser scheiß bavarium panzer ja beschissener panzer ganze zeit ist nichts und dann stirbt er wieder mit einmal am wenigstens habe ich dann immer neue ammo so hier hinten war da auch noch was oder ja hier klapp ein den scheiß ja ob der fuck ok dann müssen wir erstmal wieder raus ok what the actual fuck ey naja nicht so rum er hatte keine chance ich würde mich eigentlich verarschen ja was kommt denn hier warum denn schon wieder ein panzer dieser beschissene bavarium panzer ey instant ist der immer da rein jetzt hier mein panzer in der drecksbastarde hä komm ich werde es nicht auch habe ich mach wenn meine was braucht man denn jetzt eigentlich noch hier anlagen irgendwie wenn hier mal wieder nicht treffe darüber fahren ist aber nicht oder was haben sie denn noch für armeen wo war es worden der ziel geschossen hier das war der generator jetzt parken die ihr vor mir zu 100 bis durch reich nicht richtig stirbt doch mal schnauze ja die anzeite erwartet oder ich müsste ehrlich gesagt nicht wohl noch was sein soll da ist auf jeden fall noch so ein radar und hier oben ist noch ein kraftwerk sagte ja ja hallo blöden anti erdinger hallo ja ja diese steuerung sie macht so unglücklich hier war das ding kaputt hier dann kann ich jetzt nicht gebrauchen diesen bilden basiskommandanten nicht deckung suchen drauf gehen wäre mir ganz lieb so was haben wir jetzt noch ein radar und basiskommandanten gerade noch so gewechselt so dem hier gar ausmachung auf erreicht als schwede das ist der helikopter von vorhin gar nicht so ohne witzig war das nicht rico weil der mal hat aber auch wieder 300 hier möglich stützpunkte das halte ich jetzt mal nicht für einen stützpunkt weil das zu nah dran ist die beiden sind auch nix da sehe ich auch nix da unten könnte noch ein bisschen was sein wir fliegen kurz drüber aber ich halte es mal nicht für einen stützpunkt ich denke eher dass ich hier noch was verstecken wird komme ich ja dann irgendwo ja da unten die kopter zur auswahl aber nicht die besten der da oben ist ein bisschen hübscher das ist ein billig heli billig heli hallo bürger unser großer anführer hat im rahmen der ehrgeizigen initiative keiner bleibt auf der strecke die basis von porto cochlea zerstört und hunderte neuer arbeitsplätze geschaffen so viele rauchende löcher im boden in so kurzer zeit wenn alles wieder steht wird es wie neu aussehen und glänzen einige fragen worauf wir da noch warten tja kümmere dich einfach um deine eigenen angelegenheiten ja ja schon klar er fährt nur noch militär hier oben da oben sehe ich auf jeden fall eine basis und ich kann nicht hier dazu gehören zu falco kann die auch nicht gehören sie könnte zu mandena gehören nee das ist das gehört ja nicht dazu oh da unten haben wir eine kleine das ist halt auch als basis kraftwerk ja ja ging es wiederverwenden ist überbewertet nicht wiederverwendet ja das gefällt den halt nicht so wenn du die stromversorgung kaputt machst der ist riesig die stromversorgung kaputt verstärkung ist unterwege ja ja durchhalten bodenteam kein problem die stromversorgung kaputt kinderspiel wo von 6 war ja also so eine art kraftwerk unterwegs hätte ich jetzt nicht gedacht ja da hinten ist tatsächlich auch noch eine basis obala aber 2 von 6 ist halt immer noch heftig das heißt es fehlen nämlich immer noch das ist dann 3 von 6 dann fehlen uns aber immer noch 3 stück wo ich nicht weiß wo ich die auftreiben soll das ist alles recht offensichtlich jetzt hier aber guck mal hier gibt es nur benzin 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 den fetten hat es leider nicht erreicht die zentrale anfrage erhalten verstärkung ist unterwegs ich soll da wirklich für den rundschrank erreicht haben wie er genau in meine richtung rollt ich sehe schon wieder so einen blöden sniper ja übertreibt es nicht gleich wieder stromausfall ja ja ihr seid weg so heli boah bloß nur das heli räusch da 1 2 das sei jetzt auch beides mal ist nicht so aus wie an so auskehrungen könnt ihr oben tatsächlich auch noch mal eine sein hier so vielleicht jetzt fangt ja erstmal das ballern an oh ja ich sollte mir unbedingt ja ba 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 ein bisschen ammo schnappen das war zwar nicht unbedingt das was ich haben wollte aber dass ich eben erst mit dem hakensystem da drauf muss ja ja da stand es halt im weg opfer müssen gebracht werden du auch sag ich jetzt mal so gut versuche doch mal den panzer approach da hoch müssen wir ich habe eh gesagt dass ich will dass das alles an der straße liegt deswegen ist das jetzt hier die bessere wahl ich fahre ja nur in dem panzer hier rum es ist ja überhaupt nicht auffällig auch wenn der berg hoch auf gibt naja gut wir müssen noch ein bisschen was hier machen in waldemar dann haben wir das auch noch auch wieder eines der größeren gebiete und dann bleiben wir langsam bloß nach 23 bei dem haupt hauptschützpunkt mal abgesehen dann noch ein paar quests und dann haben wir ein schast kurs auch schon hinter uns oh jetzt wird es aber na komm na komm ja los nitro an dem panzer gibt es nitro an dem panzer ich glaube nicht oh ne schiff des bremses vergesse ich jedes mal jetzt kommt es ein wenigstens schneller vor oh ne der stirbt gleich oh oh was macht er du soll ich mal mit meinem mit meiner dings hupen soll ich mal hupen mit meinem dicken rohr kann ich mal abhupen musst du gucken alles zerstört hier und nur noch militär und ach der hat alles zugrunde gerichtet dieser blöde general weil er keine ahnung hat wie man menschen zur größe führt sich selbst zur größe führen ja zu imaginärer größe das hat er ganz gut hinbekommen ne 50 genau 50 hallo du fährst auf meiner seite du behinderter gibt hier die lichthupe hoch wisse ja da ist tatsächlich nochmal so ein kleines kraftwerk das nehmen wir jetzt diese folge einfach noch mit und dann sehen wir uns in der nächsten folge auch schon wieder für irgendwas anders ja jetzt hat er geschalten mir ist echt bloß ein kraftwerk sollte recht fix gehen jo das war es auch schon 4 von 6 das war der wie schon auch bedacht weil das hat auch nicht so eine ruine war sondern so glatt aussah dann eventuell wirklich das da unten noch oder das hier hinten sind zwei da müssen wir mal gucken da ist vielleicht noch eins wir sehen uns auf jeden fall in der nächsten folge macht's gut bis dahin ciao